Wir haben euren ersten Liefertermin, ne? Ja, gerne. So, perfekt, läuft wieder. So, ich bin wieder in meinem Büro, wie man sieht. Gestern war ich in Hamburg, heute wieder in meinem Büro. Und heute sitzt hier auf meinem Platz der Jörg, Jörg Rause, unser netter Vertreter der Firma Fretzman aus der Schweiz. Wisst, Fretzman Schweiz, super Qualitätsprodukte. Und es gibt dieses Mal echt super tolle Neuigkeiten. Viele Schuhe gehen bis zur Größe 50 rauf, die wir schon mal haben. Das ist schon mal toll, weil letztes Jahr waren wir noch bei Größe 48 teilweise. Jetzt geht noch eine ganze Menge mehr rauf bis zur Größe 50. Aber halt auch wieder super tolle, super, wirklich super, 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 super tolle Schuhe. Ich selber trage ja auch immer unheimlich gerne Fretzman, weil die Schuhe haben eine ausgezeichnete Qualität, haben alle, die meisten Produkte zumindest im Winter, Gore-Tex ausgestattet. Also richtig klasse Gore-Tex hier, da ist so ein Symbol zum Beispiel. Winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv, also besseres gibt es ehrlich gesagt nicht. Aber Gore-Tex muss man gar nicht erklären, das kennt man ja schon. Hier haben wir echt super tolle City-Stiefel mal. Also das wird auch mein nächster dann werden. Finde ich, wobei ich schwanke eigentlich noch so zwischen schwarz und braun irgendwie. Da muss ich noch mal gucken, was wir da, oder was ich da nehme. Ansonsten, hier auch bei mir auf dem Schreibtisch, da liegen auch schon, ne, Jörg liegt da nicht, aber der schreibt dort schon ganz fleißig wieder. Ansonsten haben wir hier wirklich wieder super schicke Schuhe. Drinnen auch so ein bisschen so leichte Wanderschuhe sind das hier. Das ist eigentlich auch eine tolle Sache. Die sind auch wirklich, wirklich leicht, die Schuhe. Was haben die für eine tolle Sohle? Woran liegt das? Warum sind die so leicht, Jörg? Das ist eine Gummisohle. Mhm, okay. Mit spezieller Wickel für die Schuhe, rutschfest. Also rutschfeste Gummisohle, perfekt für den Winter, damit man, ja, auf den glatten Straßen der Schweiz sozusagen auch immer noch richtig Grip hat. Und im Norden. Und im Norden natürlich, nicht vergessen. Aber die Schweizer, die kennen sich damit natürlich aus, weil da ist es ja alles ein bisschen bergig. Und da muss man natürlich ein bisschen mehr Grip am Boden haben. So, was auch super ist, hier diese Schuhe hier zum Beispiel, die haben alle einen Reißverschluss. Zwei sogar. Ich glaube, die funktionieren sogar beide, ne? Und beim Ausbilden. Das ist etwas schwieriger mit einer Hand sozusagen, ja? Aber beim Ausbilden. Die funktionieren tatsächlich beide, die Reißverschlüsse. Das heißt, also für einen super bequemen Einstieg dann nachher ist das natürlich echt, wenn ich hier rumschwenken so, ist das natürlich echt richtig super einfach. Das macht echt Spaß. Tolle Farben. Schwarz, Braun. Eh so ein ganz klassisches, ganz klassischer Farbton dabei. Oder auch hier ist etwas in extra Weite mal, bis zu 48 rauf. Also auch ein super toller Winterschuh. Das macht einfach nur Spaß. Da bekommt man jetzt schon wieder Lust auf Herbst, Winter. So, in dem Sinne, das war es erstmal von mir und Fredsman sozusagen. Und wir sehen uns die Tage dann wieder. Bis dann. Ciao.